Hallo Leute, der Soryo hier und es geht weiter mit Teil 2 der zweiten Mission. Wir müssen jetzt bei den Fluss, wollen da rüber und haben da noch ein bisschen aufzugreifen. Ist aber gar nicht mehr so schlimm. Die eine Seite haben wir schon. Müssen jetzt nur gucken, dass wir hier nicht gesehen werden. Hier über den Skills gehen, weil hier ja doch Wachen sind. Der da zum Beispiel, da oben. Und da und da. Oh, genau. Wenn die alle weg sind. Da können wir hier rüber und in den Schacht, ins Gebüsch. So, da oben ist glaube ich auch ein Gebüsch, ja. So, bitte mal hoch. Gleich da rein ins Gebüsch. So. Ich denke mal, die alle sehen da nicht hin. Da nicht hin. Hier. Zeit um zu移ern. Du sollst wieder zurück. Ich habe es nie gehört. So. Chup. Wieder einer weniger. Ähm. Dann ist da einer. Oh, da liegen welche. Die sollte man vielleicht nicht wecken. Ähm. Der müsste aber noch... Der muss auf jeden Fall weg. Und der macht ja eine Pause auch gut. So. Ähm. Ich muss hier nochmal kurz belegen, wie wir das machen. Kann ich erst steigen lassen, weit genug nach da? Während sie sich von hinten an ihn anschleicht? Okay. Ich warte. Right. Shh. Oh. Die Wagen sind blockiert. Er will frei sein. Dann sollten wir die Bräder entfernen. Ist der Wagen noch gestiegen? Okay. So kann man es natürlich auch machen. Ja. Okay, er hat sie gesehen kurz, aber... Als der da hoch geht, dass ich den gleich noch... Ja. Lass dann die sich erstmal beruhigen, das dauert einen Moment und dann... Der Erste hat sich schon geruhigt. Und dann gehen die wieder ihren normalen Weg. Okay, die wäre da drin, werde ich denke ich alle lassen und werde dann da am Ufer rum... Dann gucken wir mal, wäre eigentlich schon das praktisch, wenn man da rüber könnte. Ja, mal gucken wie wir das machen. So, den hier... Den erledigen wir am besten da hinten. Wenn der andere gerade nicht da ist, dann gucken wir, ob wir das abpassen können. So, da ist der weg. Hoch. Hoch. Stecken. Den erledigen wir da am sinnvollsten. Das geht nicht. Okay. Das geht von da. Mist. Jetzt setzt er sich wieder hin. Auch gut. Ähm... Also, wenn der hier steht, geht das. Oh. Oh. Oh nein, geht nicht. Da ist ja auch noch eine. Ähm... Was machen wir da? Ich fürchte nämlich, wenn... die mich sieht, oder den tot sieht, ruft die die Wache. Na gut, wir werden es ausprobieren. Der kommt ja gleich wieder an. Mal gucken. Let's get going. Ready. Da kann ich den nicht machen. Ja. Das habe ich gedacht. Und jetzt guckt mal, wie viele jetzt hier kommen. Und die sehen ihn auch jetzt gleich. Und dann ist es vorbei. Okay. So funktioniert das nicht. Okay. Wie kann ich da oben rauf springen? Silent Steps. Hm. Schade. Weil da ist ja auch noch einer. Okay. Dann müssen wir erst den da an der Seite ummieten. So zu sein. Right. Shhh. Ich muss ja ein bisschen aufpassen auf die hier. Ich kann das machen. Okay. Ich kann das machen. Okay. Ich kann das machen. auch. Oder? Nee. Dann geht der lang. Okay. Also wenn der sich umdreht, dann kann der da weg. Oh beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Okay. Hab geklappt. So. Jetzt ist der weg. Dann kann der hier ganz in Ruhe den da erledigen. Sobald der da vorne steht, dann sieht ihn niemand mehr. Okay. Dann kann ich mal gucken. Ob ich die alle hier umbringe? Oder? Ja. Oder kann ich wieder die Kuh anschießen? Okay. Was? Okay. Da ist einer wach. Oh. Oh. Die schlafen, aber der auch. Aber der nicht. Okay. Das heißt. Das ist wunderbar. Ich muss einmal hier rüber gucken. Da kommt ja immer der. Nee, er sollte mich nicht sehen. Die Frau kann den auch nicht sehen. Wir räumen hier richtig auf. So. Wie kann ich jetzt von da oben? Da runter hüpfen? Quatsch. Schade. Schade, Schade! Das hat funktioniert! Und das nicht! Ist ja krummlos. Warum? Ich überlege mich gerade, das wäre ja eigentlich ganz praktisch, die auch auszuschalten. Ich vermute, dass es tatsächlich zu viele Geräusche macht. Wir versuchen es doch mal. Okay. Gut. Das geht nicht. Okay, aber dann lassen wir die alle da liegen. Und sie beschäftigen uns mit dem da drüben. So, nehmen wir das Auge in das Gebüsch. So. Okay. So, mal gucken. Ich hoffe, das funktioniert. Und du nimmst mir. So. Gut. Hätten wir die. Jetzt haben wir noch da ein 1, 2 1, 2, 3, 4 Da sind noch ein paar. Das ist gar nicht so ohne hier. Der lässt sich nämlich nicht ablenken. Aber da. Das wird ganz schön schwierig. Den zu kriegen? Ja. Aha. Guckt mal. Wenn der davor steht. Dann guckt der nur in eine Richtung. Dann konzentriert sich der nur auf den. Und dann kann ich den einfach mal nehmen. Das muss ich wissen. Ja, wir sprechen auch ein bisschen gut. So. Blades ready. Hm. Mist. Shuriken-Jutsu. Hiding in the bushes. Ah, time for sword work. I'm going here. You there. Being attacked. In Hiding in Hiding in Hiding in Hiding in the bushes. Hiding in the bushes. Okay. Hat nicht funktioniert. Hat mich doch gesehen. Mann. War ich nicht schnell genug. Time for sword work. Das sind doch feier. Geht doch. So. Da gibt es genau einen Streifen, wo der nicht gefunden wird. Das ist genau der Bereich, wo er ihn nicht sieht. Haha. Gut, oder? Den sollst du gar nicht nehmen. So, wo muss ich denn hin? Äh, die kriegen gar nichts mit. So. Ja. Got to admit, I had a little assistance. Ah yes, I saw your companion. What do you think of her? She's a bit wild, maybe. But she has talent. Either that or I'm getting careless. How did she sneak up on me? What was that, Hayato-san? Nothing, nothing. See you at the safe house, right? What is your name, young woman? Yuki, Master Samurai. A fine name. I am Oshiro Mugen. No need to be afraid. Are you a friend of Hayato-san? I like to think so, though he might not see it that way. Master Samurai, can I stay with you two? Just for a while? I was wondering what to do with you. Hayato-san certainly seemed impressed. Still, to put a child in such danger... Please, I... I want him to be my sensei. He's got tricks, that I can learn from no one else. Hmm. I will consider it. Yeah, so. Töte zwei Menschen mit einem Wagen. Habe ich nur einen geschafft. Töte keine Zivilisten. Töte damit drei Menschen. Schließ die Mission auf... Ja, okay. Schließ die Mission in unter fünf Minuten und dreißig ab. Okay, also Abzeichen gibt's nicht, aber egal. Ja, so. Ähm. Und damit sind wir fertig mit der zweiten Mission. Und es gibt dann die dritte Mission für uns. Die können wir machen. Vielleicht gucken wir mal, ob wir die Abzeichnung kriegen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mal, falls ihr es selber spielt oder es interessant findet. Oder sagt, du musst mal folgendes machen und folgende Tricks gibst und folgendes musst du wissen. Dann ist alles viel einfacher. Oder wie auch immer. Ähm. Bin ich sehr gespannt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann mit Mission 3. Die Oren Namen. IMAI. IMAI. Nächste Mal Mission 3. IMAI. Bis dann.